Wir haben nicht nur eine Abteilung, welche sich für Qualität einsetzt, sondern das gesamte Unternehmen widmet sich der Qualität. Swagelok fertigt als ein weltweit führendes Unternehmen seit über 60 Jahren Produkte für die Chemie und Petrochemie. Öl- und Gasgewinnung, Forschung und Entwicklung, Energieerzeugung, Halbleiterindustrie, Biotechnologie und Pharmazie sowie für alternative Kraftstoffe. Durch ein exklusives Netzwerk autorisierter Swagelok-Vertriebspartner bietet Swagelok seinen Kunden weltweit Fachwissen, Innovationen und Werte. Swagelok Frankfurt, Eikert, guten Tag. Swagelok Frankfurt ist ein autorisiertes Swagelok-Vertriebs- und Servicecenter mit über 30 Jahren Kompetenz und Partnerschaft für Fluid-Systeme. Swagelok Custom Solutions – Leistungen vom Angebot bis zur Lieferung Ihres Systems. Auf Wunsch erstellen wir von Ihrer Entwurfszeichnung oder PID eine maßgetreue 3D-Cut-Zeichnung. Fachgerechte Montage und Umsetzung durch geschulte Mitarbeiter. Kostenreduktion durch gestrafftes Lieferantenmanagement. Swagelok Frankfurt ist ein zertifiziertes Unternehmen gemäß DIN ISO 9001 und Swagelok SQS. In unserer Schlauchproduktion werden Swagelok Coreflex-Schläuche gefertigt. Diese werden individuell nach Kundenwunsch konfektioniert und einem Drucktest unterzogen. Alle Schläuche erhalten ein Prüfzertifikat. Die Coreflex-Schläuche werden in der Bio-Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in vielfältigen Anwendungen in der Chemie eingesetzt. Unsere Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter und Kunden beinhalten interne Produktschulung sowie Online Swagelok University Kurse, um unsere Produkte und Marktkenntnisse zu erweitern bzw. zu festigen. Der Bereich Swagelok Custom Solutions bietet unseren Kunden eine optimale technische Lösung bis hin zur Gesamtkostenanalyse, um mit Qualitätsprodukten wettbewerbsfähig im Markt zu agieren. Firma Schenk Prozess Darmstadt legt Wert auf hohen Qualitätsstandard unserer Unterlieferanten. Für die sich ständig ändernden Marktanforderungen stellt Swagelok Frankfurt einen zuverlässigen Systemlieferanten für unser Unternehmen und für unsere Projekte dar. Für die Firma H&H waren die von der Firma Swagelok Frankfurt zur Verfügung gestellten Produkte und Dienstleistungen eine grundlegende Basis für den systemerischen Erfolg unserer SCR-Systeme. Und wir freuen uns auf eine weitere partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit. Es ist uns eine Freude, Ihr zuverlässiger Partner für Swagelok Komponenten und Dienstleistungen zu sein. Gerne leistet das Team von Swagelok Frankfurt seinen Beitrag zu Ihren individuellen technischen Entwicklungen und Ihrem unternehmerischen Erfolg. Was können wir für Sie tun?